Hey, das hier ist der Ingame-Part meines Flames-Mod-Tutorials, das heißt, jetzt zeige ich dir, was du mit dem Mod alles machen kannst, wie du ihn bedienst, wie du dir Sachen craftest oder auch wie du mit den Flugzeugen fliegst oder in den Panzer Munition reintust, denn das ist manchmal ganz schön tricky mit diesem Mod. Ja, wenn du es installieren willst, der Link zum Tutorial ist dafür in der Beschreibung und ich habe es hier unten links nochmal verlinkt, habe ich dir schon gezeigt, wie du es installierst und jetzt, was du damit alles anstellen kannst, dieser Flames-Mod ist eigentlich ein grundlegender Mod, das heißt, es gibt, ja, den Flames-Mod installiert man und dann kann man sich verschiedene Content-Packs installieren, zum Beispiel habe ich mir jetzt für das Tutorial das World War II Content-Pack installiert, das heißt, mit 2. Weltkriegs-Waffen und Flugzeugen und so weiter und dann habe ich mir auch noch das Modern Weapons-Pack installiert, das heißt, mit modernen Waffen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch 10, 20 andere, denn jeder kann so ein Pack machen, die du eigentlich auch alle gleichzeitig laufen lassen kannst, wenn du sie auf der gleichen Minecraft-Version laufen lässt. Ja, und da gibt es dann welche, die fügen zum Beispiel nur Vehikel hinzu, also nur irgendwelche Bewegungssachen, zum Beispiel ein Rennauto oder auch bis zu einer Boeing 747, also einem großen Flugzeug, andere, die fügen nur Panzer hinzu oder andere, die fügen so Nerf-Waffen hinzu, also diese Schaumstoff-Waffen. Da gibt es auf jeden Fall viel Unterschied, aber ich kann ja auch alles anhand von 2 Packs erklären, nämlich die ganzen Funktionen und so weiter. Darauf kommt es jetzt an und zwar kannst du von den Waffen, musst du immer beachten, dass du diese Waffe nimmst und zu jeder Waffe gibt es eine eigene Munition. Hier, die craftet man auch anders, das zeige ich am Ende des Videos und genau am Ende des Videos zeige ich auch nochmal, wie du auf Servern joinen kannst und was du da auch beachten musst bei der Installation, wenn du auf so Flansmod-Servern joinen willst. Ja, bei der Waffe gibt es immer Waffe und Munition und es gibt natürlich verschiedene Waffen, es gibt zum Beispiel ja irgendwelche Panzer, also das ist eine normale Schießwaffe, G36, jetzt kann man hier zum Beispiel einen Panzerschreck nehmen, da braucht man dafür auch Munition. Hier Panzerschreck, Ammo und das ist die Munition und dann nehme ich mir nochmal als Beispiel einen Sniper und zwar, welche nehme ich denn da? Hier die Durangunov und dann brauche ich natürlich auch Durangunov Munition. Ja, so, diese Waffe kannst du einfach einen Rechtsklick machen, dann lädst du diese Munition rein, mit dem Linksklick zielst du und wenn du jetzt zum Beispiel hier mit dem Rechtsklick gedrückt hältst, dann kannst du hier schön schießen auf irgendwelche Tiere, wenn sie sich mal zeigen würden oder eben auch Multiplayer auf andere Spieler, wie gesagt, da zum Ende mehr. Du hast gesehen, das macht schön Schaden und auf R kannst du dein Magazin auch nachladen vorzeitig. So, wenn man jetzt hier links ran zoomt, dann kann man hier ziemlich schlecht noch mit zielen, das werden wir aber auch im Laufe dieses Videos auch nochmal verändern. Und ansonsten die anderen Waffen, ja, gibt es hier noch Panzerschreck, Rechtsklick, du hörst es, wird die Munition geladen und dann schießen, dann feuert sich das Ganze ab. Macht auch schön Umgebungsschaden. Wie gesagt, dauert nur ein bisschen, bis die Munition wieder nachgeladen ist. Und die Durangunov, natürlich ein Sniper, mit Linksklick kannst du zielen, mal sehen, ob ich die Dinger da treffe. Na, Rechtsklick erstmal Munition reinladen und dann schießen. Na, siehst du, getroffen. Auf jeden Fall eine coole Sache, ja, damit kannst du natürlich schon viel rumspielen, aber wir haben hier auch noch die Vehicles, die sind schon mal ein bisschen schwieriger, ja, damit umzugehen. Ich spawne jetzt hier einfach mal das Größte, was ich hier gerade drin habe, das ist so ein Militärbomber, wollen wir ihn mal hier hinstellen. So, ähm, die Craft Studio, wie gesagt, äh, das zeige ich am Ende nochmal. Erstmal, wenn du in diese, ähm, ja, Dinger reingehst, dann musst du immer auf den Fahrersitz tippen. Ähm, da ist die Frage natürlich, was ist der Fahrersitz? Manchmal sieht man das nicht so richtig. Wenn ich jetzt hier vorne reingehe, okay, jetzt habe ich hier eine Kanone, das kann schon mal nicht der Fahrersitz sein. Und das kannst du auch überprüfen, wenn du auf R klickst, dann öffnet sich nämlich jetzt hier gar nichts. Das heißt, ich gehe wieder raus, das geht auf Shift und dann fuhre durch den Sitz und wenn ich hier auf R klicke, dann öffnet sich dieses Menü und das heißt immer, du bist jetzt im Fahrersitz. Dort kannst du dann dieses Objekt auch steuern. So, äh, bevor du jetzt losfliegst, kannst du zum Beispiel bei den Kanonen hier noch ein bisschen was reintun, zum Beispiel zum Schießen. Das sind jetzt hier, gibt es verschiedene, ähm, ja, Positionen, wovon man schießen kann. Hier können ja mehrere Leute mitfliegen. Bei der Nose müsste man jetzt Munition reinmachen. Da wollte ich, da will ich nochmal gucken, ob ich die erwische. Das müsste, oh, warte mal, dieses, genau, das ist, na, das ist dieses Gewehr hier rechts, dieses hier und dafür brauchst du diese Munition. Da musst du immer gucken, wie diese, ähm, Gewehre aussehen, ja, dieses Gewehr ist das hier, wie diese Gewehre aussehen, damit du auch das Richtigste, ja, da erwischt. Weil das ist manchmal ganz schön schwer, die richtige Munition dafür, das Gewehr zu finden. So, ganz und dann mache ich hier vorne in den Nose mal das rein. Und dann, wenn ich jetzt vorne in dieser Nase wieder drin sitze, ich kann hier wieder rausgehen und mich hier in die Nase mal reinsetzen. Und wenn ich jetzt auf B drücke, dann kann ich hier schießen mit der Munition. Schöne Sache, das funktioniert, wie gesagt, von allen Plätzen hier aus. Kann man ein bisschen Luftkrieg machen, ich gehe wieder raus. Und jetzt gehe ich wieder auf den Fahrersitz hier, jetzt kann man hier noch, gucken, Fuel, da muss man eigentlich noch Benzin hinzufügen. Das ist auch so ein Fuel-Kanister, Fuel, hier haben wir ihn. So, und wieder in dieses Menü, ja, und dann kann man hier bei Fuel diesen Kanister reintun und dann füllt sich das Ganze auf. Das geht allerdings auch runter, wenn man damit fliegt. Und jetzt haben wir noch, ich bin wieder ausgestiegen, jetzt kann man bei Bomben noch Bomben hinzufügen. Zum Beispiel werden wir da mal Napalm hinzufügen, dieses hier. Das macht einfach einen großen Boom und gibt natürlich Feuer, was Napalm so an sich hat. Und bei Cargo, was wir hier noch haben, kann man irgendwelche Sachen zum Mittransportieren nehmen. Das hat dieses Flugzeug jetzt nicht, weil es eben kein Transportflugzeug ist. Und Repair, da kann man sehen, was wie viel Schaden hat oder, ja, kann man das auch reparieren, wenn dann zum Beispiel die Tragfläche abgefallen ist. Ich fliege einfach los, das heißt, ich drücke auf W, dann beschleunige das Ganze. Auf Leertaste geht es hoch und auf Control, oder das ist links Control, geht es runter. Da kann ich hoch und runter machen. Wenn ich auf A mache, dann kannst du dich nach links drehen, so wie hier. Auf D natürlich eine andere Seite. S ist dann langsamer werden, würde ich dir aber nicht empfehlen, weil sonst fliegst du irgendwann runter. Und dann kannst du noch X und Y machen, dann kannst du dich so zur Seite drehen. Du kannst sogar auch übrigens hier rausschießen, von manchen Plätzen kannst du dann zum Beispiel aus der Luft noch irgendwo hier runterschießen. Oh scheiße, sie ist jetzt stört sich ab. Oh, das war nicht gut, dass ich hier versuche zu schießen. Ich sollte mich lieber auf Fliegen konzentrieren. Und, ja, neben diesen Controls, die ich dir jetzt gezeigt habe, kannst du übrigens auch noch auf C drücken. Dann kannst du nämlich mit der Maus das Ganze kontrollieren, falls das lieber ist. So, so wie sich das Flugzeug verhält, denke ich mal, es ist eine Tragfläche abgefallen. Genau, das ist es. Das kann ich jetzt zeigen, wenn das Ding jetzt nicht kaputt geht. Genau, kann ich hier vorne reingehen und kann ich zeigen, dass hier unter Repair kannst du dir jetzt hier eine neue Tragfläche heranbauen. Dann brauchst du alle diese Ingredienzien, die hier drin sind. Die musst du dann alle sammeln und dann kannst du hier auf Repair klicken und repariert sich das wieder. Dann brauchst du nämlich nicht das ganze Flugzeug neu craften, was, wie wir gleich sehen werden, nämlich ansonsten ziemlich teuer ist. Ja, das war soweit zu den Flugzeugen. Die funktionieren soweit alle gleich. Ansonsten kann ich nochmal... Achso, genau, was ich noch gar nicht gemacht habe. Oh, das ist schade. Und zwar, ich habe keine Bombe abgeworfen. Das sollte ich zum Flugzeug auch noch erklären. Und zwar machst du das, wenn du... Na, ist das Flugzeug jetzt so kaputt? Na, das lässt uns das nicht mehr. Warte mal, ich mache mal kurz ein neues Flugzeug. So, ich bin jetzt hier irgendwie im neuen Flugzeug drinne. Und wenn ich jetzt B, äh, V drücke, genau, V, das ist der K für die Bomben, dann siehst du, kann ich dir diese Bomben abwerfen, die ich vorher reingeladen habe. Und da unten wird es jetzt ein bisschen, ähm, ja, feuriger, weil dort diese Napalmbomben eben hinfallen, die ja Feuer machen. Soweit dazu. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit welche runterfliegen lassen oder ich steige einfach aus. Und zwar zeige ich jetzt mal die Vehikel mit dem Panzer. Das läuft eigentlich fast genauso. Wir haben hier, also wie gesagt, ich habe jetzt nur diese zwei Panzer, aber es gibt noch viel mehr andere Packs, andere Flans-Packs, wo man auch noch andere Panzer hat. Ich mache kurz Time, äh, Set 1, damit wieder Tag wird. So, und jetzt kann ich mal da unten auf diese Wiese gehen, denn zum Panzerfahren braucht man ja am besten viel Platz. So, mit Rechtsklick kannst du diesen Panzer dann, ähm, ja, dorthin legen. Dort gibt es auch wieder ein paar Positionen an hier oben. Oh, scheiße, jetzt habe ich auf meinen Panzer geschossen. Das war nicht so schlau. Ähm, ich sollte mal sowas hier ausfüllen. Genau. Hier oben kann man wieder an diesem Gewehr dran rumschießen. Oder, ich gehe mal wieder raus, mache mal wieder die Sicht auf First-Person-Sicht, sonst geht das gar nicht hier. So. Oder wenn du hier in diesen Panzer rein willst, musst du ungefähr hier hinklicken. Das heißt, dass du dann in dieser Kanone hier bist. Hier kannst du jetzt auch wieder nicht E, sondern R drücken. Denn hier kannst du bei den Guns, das heißt das, was da oben ist, ähm, Munition hinzufügen. Und hier Shells, das ist jetzt für diese große Kanone, die ich habe hier. Fuel, das ist wieder Benzin. Und Shells, das interessiert uns jetzt mal. Und zwar, ähm, das ist der Panzer, ähm, 4. Dann wollen wir da mal sehen, dass wir für den Panzer auch Shells bekommen. Hm. Diese Munition, ich muss gerade nochmal gucken, heißt dieses Tankshell, das ist einfach nur dieses Ding hier. Sieht so aus, dieses hier, ganz normal. Ähm, wie gesagt, für andere Mods gibt es dann auch nochmal andere, ähm, Shells, also andere Munition, die dann so heißen wie der Panzer selber. Ähm, dann drücke ich auf R und mache hier oben diese Munition rein. Und wenn ich jetzt B drücke, dann hast du gesehen, kann ich so ein Ding abfeuern. Ich gehe mal kurz hier aus der Sicht raus, dann sieht man, dass wäre ich ein bisschen besser. Wohl, naja, so wirklich gut kann man es auch nicht sehen, ne? Wenn ich jetzt, also wie gesagt, mit dem Panzer ist die Sicht eingeschränkt, ist aber natürlich ein bisschen realistisch. Und auch, ich versuche nochmal hier so ein Ding abzufeuern. Na, hast du gesehen, auf jeden Fall kam was vorne raus. Ähm, soweit dazu, soweit zu den Panzern. Kann ich wieder rausgeben. Und ansonsten gibt es natürlich hier noch ein paar andere Vehikel. Und wie gesagt, von anderen Mods auch noch ein paar Vehikel, die ich aber jetzt hier nicht alle zeigen muss. Denn sonst, wie du die fährst und so weiter, das erklärt sich eigentlich von selber. Was nochmal mein Lieblings-Item in diesem Mod ist, ist eigentlich dieser Fallschirm. Kannst du sie so reinhängen und runterfallen lassen. Schöne Sache, auf jeden Fall. Nein, ähm, jetzt, wie du die ganzen Sachen craftest. Und zwar, ähm, da gibt es verschiedene Wege. Bei manchen Packs gibt es die Craft-Rezepte im Internet. Das habe ich bei der Installation schon gezeigt. Und das werde ich auch noch mal in der Beschreibung verlinken. Das ist eine Wiki. Und da kannst du dir, je nachdem, welches Pack du installiert hast, so, äh, ja, die Craft-Rezepte angucken. Ähm, oder bei anderen Packs gibt es auch Ingame. So wie hier, ähm, habe ich zum Beispiel dieses Modern Reapon Pack. Da kann ich mir einfach die Box hier hinstellen. Kann hier reingucken. Dann sehe ich, okay, diese ganzen Sachen brauche ich eben, zum Beispiel für die Durango-Nov. Die haben wir ja unten ja schon. Brauche ich jetzt diese Sachen. Und, ähm, für die Munition diese. Ähm, die kann ich mir holen. Und dann kann ich einfach hier raufklicken und mir diese Durango-Nov craften. Durango-Nov. Oh Gott, mit der Aussprache habe ich es nicht so. Ähm, ich hole mir jetzt mal die Sachen. Und zwar Iron. Äh, die musst du natürlich in harte Arbeit, äh, aus der Mine holen. Ähm, nein, jetzt mal so zu Testfäcken geht das ja auch. Hier dieses, äh, na, dieses Wood. Und was hat man noch gesagt? Glass. Und dann hatte ich mir noch gemerkt, dass man, ähm, Gunpowder für die Munition braucht. Hier haben wir es. Äh, machen wir das mal weg. So, schöne Sache. Jetzt habe ich alle Ingredienzien zusammen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sieht man hier, je, ich bekomme diese Waffe. Beziehungsweise theoretisch. Denn, wenn ich jetzt, na, hier auf mein eigenes Inventar klicke, dann muss ich es mir natürlich noch hier unten reinholen. Damit ich es auch benutzen kann. So, und jetzt habe ich mir das Ding erfolgreich gecraftet. Und kann jetzt hier ganz normal, wie ich schon gezeigt habe, damit schießen. Ähm, soweit dazu. So funktioniert es mit dem Craften von diesem, von Modern Weapons Pack und von den ganzen anderen Flans Packs auch. Zum Beispiel von dem World War II Pack, also Zweiter Weltkriegs Pack. Gibt es hier auch so einen Schrank. Und dann gibt es alle Sachen, äh, aus diesem amerikanischen Team eben oder aus irgendwelchen anderen Teams. Hier gibt es auch nochmal so stehende Flak-Abwehr-Geschütze und so weiter. Die funktionieren aber alle ungefähr so wie der Panzer. Und, ähm, ja, das gibt es dazu. Und das Ganze gibt es hier auch nochmal für Vehikel. Hier so ein Gun-Ding und dieses Partikel. Und zwar brauchst du nämlich für dieses Vehikel, wenn du die irgendwie, ähm, craften willst, hier zum Beispiel sowas, so ein Flugzeug, brauchst du auch so Sachen wie einen Propeller, den es ja nicht so einigenfalls in Minecraft gibt. Dafür kannst du dir dieses, dieses Parts-Crafting-Ding eigentlich spawnen. Ähm, jetzt gerade hat das einen Bug, das heißt, ich kann das nicht öffnen, ich komme nicht an die Sachen ran. Das ist ein bisschen schlecht, aber ich denke mal, der Mod-Macher hat das behoben, wenn du, äh, ja, das Ganze mal machst oder das Ganze mal nachguckst. Und ansonsten gibt es hier noch diesen Gun-Crafting-Table. Übrigens, also das hier funktioniert genauso, wie ich es eben gezeigt habe mit der Waffe, nur dass man eben ein paar andere Ingredienzien braucht. Und hier oben dann auch noch ein Engine, das heißt ein Motor. Ähm, da kannst du einfach nachgucken nach Engine. Dann hast du hier diese verschiedenen, je nachdem, für einen Propeller-Motor oder für irgendwelche Düsen-Sachen oder so. Ähm, ja genau, das mit der Waffe, das ist das hier. Dort habe ich jetzt leider meine G36C schon weggetan. Da wollte ich ja noch sagen, dass wir da noch ein bisschen was verändern wollen. G36, nicht 35, 36, sowas hier. Und Munition wäre auch noch ganz gut. Und dann hole ich mir noch, hier, du hast es vielleicht eben schon gesehen, gibt es so Sachen, so Ziel-Sachen, äh, hier so ein Zielfernrohr, Red Dot Sign zum Beispiel, so ein Grip, dass es nicht so hoch geht, und einen Silencer, also einen Schalldämpfer. Wenn ich jetzt hier auf dieses Ding draufklicke, dann kann ich die Waffe hier reinmachen und zum Beispiel einen Silencer vorne dran, kann ich dieses Red Dot Sign oben dran machen und diesen Grip unten dran machen. Das funktioniert nicht bei allen Waffen, aber wie gesagt, die G36C ist dafür ausgelegt. Und wenn ich die jetzt hier habe und jetzt zum Beispiel, wo jetzt muss ich erstmal nachladen, wenn ich jetzt einen Linksklick mache, habe ich hier zum Zielen viel schöner dieses, ähm, ja, dieses Red Dot Sign und kann halt besser, was ich, die Schweine hinabschießen oder so. Ähm, ja, soweit dazu. Das waren diese verschiedenen Sachen, diese Crafter-Rezepte. Wie gesagt, es gibt nochmal viel mehr Crafter-Rezepte auch auf der, ähm, Seite des Mods, nämlich auch für irgendwelche anderen, ähm, Packs. Das heißt, dort kannst du einfach nachgucken, wenn du nicht weißt, wie du etwas craftest, was in deinem Pack ist. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir hier mal, oh Gott, was macht der Zombie hier, äh, dass ich dir hier einen guten Überblick über diesen Mod geben konnte. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du das Ganze auf Server machst. Das heißt, wie du auf Servern joinen kannst. Ähm, dafür gibt es auf der Seite vom Flans-Mod, die ich hier unten habe, ähm, ein extra Punkt, der heißt Servers. Und hier kannst du dir angucken, diese verschiedenen Server, die präsentieren sich hier. Und natürlich auch auch darauf achten, auf welcher Version die sind. Zum Beispiel kannst du, wenn ich habe, das ist jetzt hier auf 1.7.2 installiert, die Installation oder was ich hier sage, funktioniert natürlich auf allen Versionen auch gleich. Aber du solltest dann auch darauf achten, dass auch der Server auf der Version ist, wo du rauf willst. Das ist ja ganz klar. Und wenn du jetzt hier auf so einen Server draufklickst, zum Beispiel das hier, der ist jetzt gerade auf der Version, wo ich auch drauf bin, dann sehe ich hier alle Packs, die ich installiert haben muss, um diesen, ähm, Server zu joinen. Das heißt, du musst auch wirklich dann alle diese Packs installiert haben, die hier stehen und keinen anderen mehr oder keinen anderen weniger. Wie gesagt, wie du das, äh, machst, das wird ja auch nochmal im Installationsteil gezeigt. Aber denk dran, dass wenn du auf dem Server willst, du eben alle diese Packs haben willst, äh, haben musst, so rum. Ähm, und dann kannst du auch auf diesen Server joinen. Ich mach das Ganze nochmal vor, und zwar manchmal ist es auch so, dass diese Server auch andere, ähm, ja, Packs noch brauchen oder andere Mods brauchen. Ich würde dir raten, also wenn du dich fragst, auf welchen Server soll ich gehen, immer auf einen offiziellen Server zu gehen, denn dort ist so Team-Desmatch und man schießt sich nur gegenseitig ab. Wie gesagt, der ist leider gerade offline, wo ich das hier aufnehme. Sonst würde ich das jetzt zeigen. Ähm, ja, das ist eine schöne Sache und da braucht man auch nur diese Standard-Flans-Sachen, die sehr einfach zu installieren sind. Die anderen Server, die du hier siehst, kannst du natürlich auch noch durchlesen. Aber das sind oft so Survival-Server, wo du halt auch nochmal ganz normal spielst und wo nicht so viel Action dann ist, sondern der Flans-Mod nur als Zusatz-Mod ist, wo du dann zum Beispiel auch nochmal eine Werfe kräften kannst oder kräften kannst und die anderen Leute abschließen kannst. Aber dieser, der offizielle Flans-Server, ist wirklich ein Server, da wird 24-7 in verschiedenen Teams, ist automatisch in Teams eingeteilt, ähm, gegeneinander gekämpft. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ansonsten, genau, ähm, wie machst du das Ganze? Es gibt dann, wie gesagt, auch diese Server wie den hier. Da brauchst du noch andere Mods, die haben dann hier ihre Seite verlinkt und dort kannst du dir dann ein Pack runterladen. Das lädst du dir einfach runter und, ähm, da musst du ein paar Sachen in einen Minecraft-Ordner einfügen. Ähm, das ist dort auch schon erklärt. Wie gesagt, ich mache das, ich denke, ich mache das einfach jetzt mal vor. Ähm, ansonsten einfach die Sachen installieren, diese Packs installieren, die hier oben stehen. Wie gesagt, kriegst du eigentlich in einem Installationsteil erklärt und sonst, ich mache das am Beispiel von diesem Ding mal hier vor, kannst du dir hier, er hat ja dann auch noch andere Sachen verlinkt, die du dir runterladen kannst und wo dann in deinem Flans-Mod und in deinem Mods-Ordner schon alle Sachen vorgesortiert sind, die dort rein müssen, kannst du die einfach runterladen und per Drag & Drop reinziehen und dann, ähm, ja, ist alles schön und gut. Und du kannst darauf joinen. Ich mache mir das kurz mal, das heißt, ich werde mal kurz sehen, dass ich mir alle Sachen installiere, damit ich auf den Server kommen kann und dann zeige ich das gleich nochmal kurz. Alles klar, ich habe mir jetzt mal dieses Pack für diesen Mod hier oder für diesen Server runtergeladen. Wichtig ist übrigens auch noch, äh, was noch zu erwähnen ist, wenn dir zum Beispiel so ein Pack dann, äh, sagt, du sollst den, den Mod auf der alten Version installieren oder diese Packs für die alte Version installieren, dann musst du natürlich auch den ganzen Mod für die alte Version installieren und auch wieder Forge für die alte Version installieren. Äh, wenn jetzt Forge und so weiter nicht sagen, das kommt alles im, ähm, Installationspart, aber vielleicht, wenn dir das hier so, wieder so tricky, vielleicht ist es dann besser, wenn du den Installationspart schon gesehen hast. Ähm, dann wirst du das Ganze auf jeden Fall mit den Servern hoffentlich verstehen. Okay, so, ähm, ansonsten kannst du jetzt hier auf diesen Server gehen. Ich habe mir jetzt den ausgewählt. Wie gesagt, da habe ich die IP einfach genommen, die dort unten steht. Die steht ja hier immer. Und dann noch den schönen Port hinzugefügt. Und hier unten siehst du die IP. Dann gehe ich einfach mal rein. Ziehe das mal ein bisschen richtig. Und dann wirst du sehen, ich bin jetzt hier mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen. Kann jetzt hier, was weiß ich, hey schreiben. Und ich habe jetzt hier auch zum Beispiel schon eine Waffe. Ähm, habe ich mir mal kurz besorgt. Und kann jetzt hiermit auch schießen. Siehst, das Ganze funktioniert also auch schön online. Nur, man muss eben darauf achten, dass man auch wirklich sich diese Packs lädt oder die gleichen Packs hat, wie auf dem Server. Denn sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Äh, das war hoffentlich Falschaden. Mich hat hier niemand abgeschossen, ne? Naja, ähm, so viel dazu. In diesem, äh, schönen Regen beende ich jetzt mal, denke ich mal, das Video. Ähm, viel Spaß hier mit dem Mod. Ansonsten, äh, der Installationsteil ist ja nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ähm, und wenn du noch mehr, ja, Minecraft interessiert bist, dann geht's auf meinem Kanal nochmal tausend mehr Minecraft-Tutorials, wie du irgendwelche anderen Sachen meinetwegen installierst. Ähm, ja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.